Sonderkruz, ein schönes kleines Städtchen. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir befinden uns hier in Boulder Creek, ein kleiner Ort auf dem Weg Richtung Santa Cruz. Und dieser Ort hat einen wunderschönen kleinen Laden mit Antiquitäten, sehr sehenswert. Auf dem Wege befand sich auch ein Motorradshop mit riesengroßen Motorrädern vor dem Laden. Untertitelung des ZDF, 2020 Gigantische Bäume stehen im Redwood State Park. Untertitelung des ZDF, 2020 In diesem Baum könnte man sich eine Wohnung einrichten. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier sind wir an der Pazifikküste auf dem Highway 1. Der Pazifikküste auf dem Weg Richtung Untertitelung des ZDF, 2020 In diesem Baum ist die Rande für das Rande für die Niederlunde. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier sind wir an der Pazifikküste auf dem Weg zum융 especie. Die Rde sind uns hier in den Weg zum Ebenen vorliegen. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist die Rande für die Niederlage. 有 закрыt mit dem Weg zum Ebenen. Das ist die Rande für die Hande für das Fahrzeug. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020